Nehmen Sie Platz. Danke. Ist sie das? Ja. Wollen Sie Ihr Kind zurück? Natürlich. Ich möchte, dass Sie mir beschreiben, was Sie die letzten Jahre gemacht haben. Wohin soll es denn gehen? Ins Meer. Bleib, wo du bist. Ich habe von dir geträumt. Es war ein liebes Traum. Die Schweine küsten einander und plötzlich wurde ein lächelndes, braunhaariges Mädchen geboren. Hast du fünf Minuten? Reizendes Kind. Ich habe dir ein Ticket gekauft, aber ich wüsste nicht zu einem Kind, sorry. Warum bist du nach England gekommen? Warst du hier zu Hause zu langweilig? Du weißt gar nicht, was du für ein Glück hast. Du hättest es weitaus schlechter treffen können. Wir haben hier nur die Crème de la Crème. Gute Gesellschaft. Schauspieler, Hürden-Träger, Künstler. Schauspieler, Künstler, 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 Künstler,